Erich Honecker, Staatschef der DDR. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. 18 Jahre lang steht er an der Spitze. Unscheinbar, unnahbar, undurchschaubar. Da gibt es wohl nur die Wenigsten, die ihn wirklich gekannt haben. Ein Machtmensch, der sein Innerstes verhüllt. Wissen Sie, man spricht nicht gern über sich selbst. Vor allem, wenn man viel zu verbergen hat. Nach der Wende wird im Tresor der Stasi ein roter Koffer gefunden. Er enthält Brisantes zu Honecker, auch privat. Das Traumpaar der DDR, nur eine Fassade? Da gab es eine große, jahrelange Ehekrise. Die Geheimakte Honecker, jetzt in ZDF History. 6. Oktober 1989. Erich Honecker erwartet hohen Besuch. Den sowjetischen Parteichef Mikhail Gorbatschow. Gemeinsam will man den 40. Geburtstag der DDR feiern. Doch die Stimmung ist angespannt. Wie immer wieder, Gorbi, Gorbi, Gorbi. Und dann kam ab und zu mal Erich. Ja, aber das war dann wirklich einmal. Und das andere war mindestens 10 bis 20 Mal. Und da dachten wir, oh, die ist aber eine ganz schöne Disharmonie. Die DDR-Bürger erhoffen von Gorbatschow Reformen. Honecker will sie nicht. Oder doch? Tags darauf Festbankett im Palast der Republik. Das letzte Rendezvous der alten sozialistischen Welt vor dem Zusammenbruch. Mit dabei Klaus Taubert, Chefreporter der DDR-Nachrichtenagentur ADN. Irgendwie war ich rechtzeitig da, um mitzukriegen, mit einem Blick aus dem Fenster, aus dem Palast von oben, dass sich da Erhebliches abspielte hinter dem Palast. Das war schon erschreckend. Während Honecker feiern will, rebelliert sein Volk. Im ganzen Land gehen die Bürger auf die Straße. An ihrem 40. Geburtstag steckt die DDR tief in der Krise. Anspannung im Festsaal. Gleich hält Honecker seine Rede. Journalist Taubert hat das Manuskript vorab bekommen. Und er ist überrascht. Die Rede verspricht langersehnte Veränderung. Fortschritt. Honecker macht Hoffnung auf qualitativ neue Schritte. Ein Neubeginn? Es ist mir eine große Freude, Sie anlässlich dieses festlichen Empfangs zu ehren, unseres Nationalfeiertages recht herzlich zu begrüßen. Dann die Enttäuschung. Honecker lässt die brisanten Stellen unter den Tisch fallen. Wie kann man an dem Abend, der so bedeutend war und der die Weltführer des Kommunismus im Saal hatte, auf so eine Rede verzichten? Es bleibt bei den altbekannten Floskeln. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben, auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Die gestrichenen Redepassagen, sie sind Honeckers letzte Chance. Warum schreckt er im entscheidenden Moment zurück? Er hat seiner Ideologie geglaubt. Und er hat in diesem tiefen Glauben die Realität mehr und mehr ausgeblendet. Waren es nur Ideologie und Realitätsflucht? Oder auch persönliche Erfahrungen und Schicksalsschläge, die Honecker so handeln ließen? Schon einmal stand er vor dem Aus. 54 Jahre zuvor. Im Dezember 1935 scheinen Honeckers revolutionäre Träume gescheitert. Der 23-Jährige wird von der Gestapo in Berlin verhaftet. Honecker, Mitglied der von den Nazis verbotenen KPD, ist unter dem Decknamen Martin Thiaden im Widerstand gegen Hitler. Der Berliner Volksgerichtshof verurteilt ihn zu 10 Jahren Zuchthaus. Honecker stilisiert sich dafür später als unbeugsamen Kämpfer gegen den Faschismus. Doch ganz so heldenhaft war seine Haftzeit nicht, wie er einem Vertrauten gesteht. Er ist korrekt behandelt worden, es war ein korrektes Urteil, der nach der damaligen Gesetzeslage, er hat sich auch darüber nie beschwert. Er ist nie geschlagen oder gefoltert worden. Haben die Nazis Honecker geschont, weil er sich kooperativ zeigte? 1990 wird im Tresor von Stasi-Chef Erich Mielke ein roter Koffer entdeckt. Er enthält brisante Unterlagen zu Erich Honecker. Wenn an die Öffentlichkeit gekommen wäre, was in diesem roten Koffer ist, durchaus seine Biografie ein paar Kratzer abbekommen hätte. Der Koffer enthält unter anderem zwei Gutachten zu Honeckers Verhalten im Prozess vor dem Volksgerichtshof 1935. Beide Gutachten stammen von Stasi-Mitarbeitern, doch sie kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das eine Gutachten entlastet ihn vollkommen und, wie mir scheint, etwas euphemistisch. Das andere Gutachten stellt sehr präzise fest, dass einzelne Aussagen, die Honecker in den ersten Tagen, in den ersten Verhören durch die Gestapo gemacht hat, durchaus geeignet waren, andere zu belasten. Ein Vorwurf, der Honecker sehr geschadet hätte. Doch wieso zwei Gutachten? Der rote Koffer ist Teil einer Sicherungsstrategie der Staatssicherheit bzw. des Machtapparates der SED überhaupt, der die Biografien seiner führenden Kader zu schützen suchte und auch auf Schwachstellen hin durchspürte und aufspürte. Stasi-Chef Mielke behauptet später, er habe die Akten zum Schutze Honeckers aufbewahrt. Ist das die Wahrheit? Oder wollte er für alle Fälle ein Druckmittel gegen Honecker in der Hand halten? Es bleibt sein Geheimnis. Honeckers Leben im Dritten Reich birgt noch einen weiteren heiklen Punkt. Im Krieg wird Honecker in das Frauengefängnis in der Berliner Barnimstraße verlegt. Der gelernte Dachdecker soll dort Bombenschäden reparieren. Honecker nutzt die Gunst der Stunde und flieht. Ohne Essen und Unterkunft irrt er in Berlin umher, stets in Gefahr erkannt und gefasst zu werden. Eine verzweifelte Lage. In der Not findet der Flüchtling Unterschlupf bei einer Wärterin aus dem Gefängnis, mit der er ein Verhältnis hat. Charlotte Chanuel ist neun Jahre älter als er und hat gute Kontakte zur NS-Partei. Dank ihrer Hilfe kann Honecker ohne Strafe ins Gefängnis zurückkehren. Später verschweigt er die Geliebte selbst Freunden gegenüber. Er ist während seiner besten und wichtigsten Jahre, das heißt die 20er Jahre eingesperrt gewesen und konnte keine sozialen Beziehungen, zum Beispiel zu Frauen, auch aufbauen. Und das hat seinen Charakter später sehr stark geprägt. Das stimmt nicht ganz. Nach Kriegsende heiratet Honecker seine Gefängniswärterin sogar. Über diese Ehe hat er einmal am Rande fallen lassen. Und das ist für einen Menschen wie Honecker, der immer sehr, sehr kontrolliert war, etwas ganz, ganz Besonderes. Es sei die große Liebe seines Lebens gewesen. Und sein größtes Geheimnis. Fotos von Charlotte Chanuel gibt es nicht. Nur die Heiratsurkunde. Wenn man es aus der Außenperspektive betrachtet, war sie eben ein Rädchen im nationalsozialistischen Repressionsapparat. Und darum bleibt es im Nachhinein eine erstaunliche Tatsache, dass Honeckers erste Ehefrau aus diesem Milieu kam. Auch bleibt es eine erstaunliche Tatsache, dass Honecker sie erst zu Ende des Jahres 1946 heiratete, als er bereits Vorsitzende der von ihm gegründeten FDJ gewesen ist. Er riskiert seine Karriere. Aus Liebe oder Dankbarkeit. Erfüllt er ihr einen letzten Wunsch? Bald nach der Hochzeit stirbt Charlotte. Für Erich Honecker geht es nach dem Krieg steil bergauf. Die Kommunisten unter Walter Ulbricht übernehmen die Macht in Ostdeutschland. Honecker wird 1946 Vorsitzender der Jugendorganisation der Partei der FDJ. Die Ehe mit einer NS-Wärterin weiß er offenbar geschickt zu verbergen. Das Geheimnisvolle an Honecker war eigentlich, dass er es schaffte, wie vielleicht nur wenige Menschen, wirklich sein Inneres niemanden zu offenbaren. Ein echtes Plus für eine Parteikarriere. Er hat noch weitere Vorzüge. Er war an seine Jugend außerordentlich rhetorisch gewandt. Er war durchsetzungsfähig. Und er war vor allen Dingen, und ich glaube, das spielte die größte Rolle, er war außerordentlich charmant. Es lebe unsere stolze, freie deutsche Jugend! Sie lebe! Hoho! Hoho! Grüße uns an Heren! Honecker hat Erfolg. Auch bei Frauen. Vermutlich noch während seine erste Frau lebt, beginnt er ein Verhältnis mit einer Genossin. Edith Baumann, seine Stellvertreterin bei der FDJ. Auf einer Moskau-Reise im Sommer 1947 hat es gefunkt. Edith Baumann ist drei Jahre älter, resolut und ein eher herber Typ. Für sie ist Honecker die große Liebe. Honecker dagegen schildert die Beziehung zu Edith Baumann später eher als pragmatisch. Ich war damals mehr anlegungsbedürftig, denn sie hat also noch sehr stark geholfen in der politischen Arbeit. Und wir haben oft zusammen gesessen, auch bei ihr zu Hause in Wielenbeck. Und haben also entschließend und verpasst. Außerdem konnten sie auch flott Schreibmaschinen schreiben. Im Dezember 1949 heiratet er Edith Baumann. Sie ist schwanger. Doch zur gleichen Zeit muss Honecker noch einmal nach Moskau. Stalin feiert seinen 70. Geburtstag. Zurück kommt er mit einer neuen Geliebten. Margot Feist. Hier in erstmals veröffentlichten Filmaufnahmen. Wieder ist es eine FDJ-Funktionärin. Doch 15 Jahre jünger. Und attraktiv. Die Margot hat sich ihm, wie es im Zentralrat hieß, so unter Vorhalter, auf den Bauch gebunden. Also sie hat ihn verführt, in Anführungsstrichen. Und sie wollte unbedingt den Honecker haben, weil sie mitkriegte, da ist dem wird mal was. Der Wille zur Macht verbindet die beiden. Die quirlige und eloquente Margot Feist ist beliebt in der FDJ. Eine passende Partie, wenn Erich Honecker nicht schon verheiratet wäre. Seine Affäre sorgt für Unruhe in den höchsten Kreisen. Edith Baumann kämpft um ihren Ehemann. Sie will die Konkurrentin kaltstellen und schreibt an Walter Ulbricht, Honeckers Mentor. Lieber Walter. Es frisst wie ein Feuer in ihm. Er kommt nicht von dem Mädel los. Dabei erfuhr ich außerdem, dass sie bereits dreimal brutal die Frage der Trennung von mir gestellt hat. Wenn es noch einen Ausweg gibt, dann nur den, dass Margot Feist aus der Jugendarbeit ausscheidet und nach Sachsen-Anhalt zurückgeht. Mit besten Grüßen, Edith Baumann. Edith Baumann hat das taktisch sehr, sehr klug angestellt. Wenn jemand Erich Honecker von der Beziehung zu Margot Feist hätte abbringen können, dann wäre das Walter Ulbricht gewesen. Edith Baumanns Brief an Ulbricht landet später in Mielkes rotem Koffer. Erich Honecker muss seine privaten Verhältnisse ordnen, doch anders als von Edith erhofft. Er verlässt seine Frau und heiratet Margot. Die jugendliche Rivalin hat gesiegt. Sie war eine unheimlich kluge Taktikerin, ja. Und sie hatte ihn voll im Griff. Honeckers Karriere geht weiter. Er ist ehrgeizig und kampfbereit. Bei den internationalen Weltfestspielen der Jugend im August 1951 stachelt er die FDJler zu einem Marsch nach West-Berlin an. Dort kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Eine umstrittene Provokation. Doch der Scharfmacher weist den mächtigen Parteiführer Walter Ulbricht hinter sich. Erich Honecker hat sich an Ulbricht vor allem deshalb orientiert, weil er ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hatte, wo ist die Macht und wo kann ich für mich persönlich das Beste herausholen. 1958 macht Ulbricht Honecker zum Vollmitglied des Politbüros, des innersten Zirkels der Macht. Er musste immer seine Sympathie erwerben. Er musste sich auch zum Teil verstellen und das ist nicht nicht einfach. Also das ist immer bei Thronfolgern so, dass sie nicht abserviert werden müssen, sie zusehen, dass sie ein bisschen Liebe dienen. Eine Rolle, die ihm liegt. Er war ein Mann, der sehr stark auf die Zusammenarbeit mit einem anderen, der ihn führte oder der ihm als väterlicher Kamerad beiseite stand, setzte. So auch im Krisenjahr 1961. Täglich verlassen Hunderte die DDR. Ulbricht befiehlt den Bau der Mauer. Es wird Honeckers Gesellenstück. Erich Honecker wollte Walter Ulbricht im Prinzip die Drecksarbeit abnehmen. Er hat den Mauerbau logistisch, methodisch, organisatorisch durchgeführt, geleitet. Und Walter Ulbricht hat es seinem Zielsohn Erich Honecker in den folgenden Jahren durchaus gedankt. Das Leid der Menschen nimmt Honecker in Kauf. Die Stabilisierung der DDR und die eigene Macht gehen vor. In den nächsten Jahren wird Honecker zum zweiten Mann hinter Ulbricht, Kronprinz. Doch der Parteiführer denkt nicht daran, seine Macht abzugeben. Und er glaubt, die Partei und Honecker hinter sich. Ein Irrtum. Im Juli 1970 kommt es zur Machtprobe. Ostseewoche in Rostock. In einer Rede fordert Walter Ulbricht Reformen. Mehr Marktwirtschaft, Gewinn, Leistungsanreize. Also es war schon eine sehr harte Kritik am eigenen Parteiapparat. Ich habe begeistert mitgeschrieben, ganze Passagen, weil die für mich auch irgendwie überraschend waren. Doch Taubert darf nichts davon veröffentlichen. Ulbrichts Rede fällt Honeckers Zensur zum Opfer. Es ist der Beginn einer Entmachtung. Der Kronprinz nutzt die Gunst der Stunde. Walter Ulbricht hatte durch verschiedene Alleingänge die Sympathien von Leonid Brezhnev verloren. Er machte seinen sowjetischen Kollegen gegenüber immer wieder deutlich, dass es ja in der DDR ökonomisch, wirtschaftlich viel, viel besser läuft als in der Sowjetunion. Und das machte er den sowjetischen Genossen gegenüber auch mit einer gewissen Arroganz deutlich. Honecker sucht Kontakt zum Sowjetführer. Nur mit Brezhnevs Zustimmung kann er Ulbricht stürzen. Honecker ist der nüchterne Sachwalter, der gleichsam unideologisch, pragmatisch argumentieren kann, aber auch genau weiß, wo die Machtfrage gestellt wird und wo die Macht bedroht ist. Der Sowjetführer deckt Honeckers kalten Putsch. Im Mai 1971 zwingt dieser Ulbricht zum Rücktritt als SED-Chef. Alte Loyalitäten bedeuten Honecker nichts mehr. Ulbricht muss gute Miene zum bösen Spiel machen. Nur äußerlich gewährt Honecker seinem alten Mentor einen ehrenvollen Abschied. Die Monate zwischen Machtübernahme, Erich Honeckers Sturz Walter Ulbrichts und dem Tod von Walter Ulbricht, waren eigentlich eine Zeit der öffentlichen Hinrichtung von Walter Ulbricht. Erich Honecker ist jetzt ganz oben. Staats- und Parteichef der DDR. Der Sturz seines einstigen Förderers ist für ihn kein Grund zur Reue. Herr Honecker war ein überzeugter Stalinist. Für ihn galt der Befehl und was ihm übertragen wurde, führte er aus. Kompromisslos. Und man kann sagen, da ging er auch über Leichen. Der Weg an die Spitze hat ihn verändert. Er gibt sich jovial, doch er wird noch kontrollierter, unnahbarer. Skatspielen in geselliger Runde, wie er es früher liebte, gehört der Vergangenheit an. Privat schottet sich Honecker immer weiter ab. Das Symbol dafür Wandlitz, seit 1958 Wohnsiedlung des Politbüros. Wie die Honeckers dort leben, ist zu DDR-Zeiten ein sorgfältig gehütetes Geheimnis. Er war ziemlich bescheiden. Eigentlich. Dass er aber ein Diener hatte, das habe ich ja erst hinterher erfahren, ein Diener. Hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, bist du bekloppt oder so. Diener. 1962 kommt Lothar Herzog als Kellner nach Wandlitz. Ab 1971 ist er nur noch für Erich Honecker zuständig. Vorerst alleine. Und irgendwann hat man dann festgestellt, so können wir das nicht machen, sodass man dann einen zweiten und dritten Kellner dazugenommen hat. Später kamen dann noch zwei Köche dazu. Die Hausangestellten in seinem Haus in Wandlitz wurden aufgestockt, sodass er drei Hausangestellte dann hatte. Und wenn er seinen Urlaub dann im Jagdschloss Hubertostock oder im Gästehaus in Dölln verbracht hat, dann hat man dann dort auch das entsprechende Personal eingesetzt. Das gemeinsame Luxusbad in Wandlitz meidet Honecker. Er bleibt lieber für sich. Selbst den Sportbereich, den es gab, Schwimmhalle, Sauna, medizinische Betreuung, hat er nicht wahrgenommen. Sondern er hat sich dann eben die Physiotherapeutin bzw. die Ärztin zu sich nach Hause bestellt. In der Küche Markenware aus dem Westen. Die Einrichtung wäre in der Bundesrepublik gehobener Mittelstand. In der DDR ist sie echter Luxus. Im Laden von Wandlitz Südfrüchte und westliche Kosmetikartikel. Ein Angebot, das Margot Honecker angeblich für normal hält. Der Kraftfahrer, der sie ja nun von früh bis abends gefahren hat, er sagte mir, er weiß kein einziges Beispiel, wo er sie jemals an der Kaufhalle abgesetzt hätte. Im Gegenteil, wenn sie durch die Gegend fuhren, fragte Margot, warum stehen denn die Leute da drüben, so in einer langen Schlange. Er sagte, ihr Fahrer, das ist ein Fleischer und vielleicht hat er neue Ware bekommen und so. Und da fing sie an zu schimpfen, sagt, diese Idioten im Handel, warum versorgen die Leute nicht hier ordentlich? Sie wussten gar nicht, wie die Wirklichkeit aussah. Selbst auf der Ferieninsel Film müssen die Honeckers auf Gewohntes nicht verzichten. Die Brötchen werden täglich aus dem rund 300 Kilometer entfernten Wandlitz geliefert. Dieses Beschaffen der Lebensmittel und Brötchen und Backwaren und so weiter, das war einfach irgendwo eine überspitzte Sicherheitsmaßnahme, die aus meiner Sicht auch absolut nicht notwendig gewesen wäre. Wobei man dazu sagen muss, das waren ja nicht nur die Brötchen, die dahin gebracht wurden, sondern da war seine Kurierpost dabei und ähnliche Dinge. Also das Auto hätte sowieso fahren müssen. Honecker lässt sich angeblich noch anderes liefern. Diskret. Dass er sich gerne Pornofilme anschaute, das ist ja bekannt und Schalk-Golotkowski hat die eben auch aus dem Westen besorgt. Seine Diener und Personenschützer sind zum Schweigen verpflichtet. Nichts darf nach außen gelangen. Manches aber dringt dennoch nach draußen. Die Ehe der Honeckers sei völlig zerrüttet, erfährt der Bundesnachrichtendienst 1981. Auch werden Honecker immer wieder Affären nachgesagt. Es gab eine Reihe von Beziehungen, außerehrliche Beziehungen, die sind verbirgt. Honecker ist gerne in Gesellschaft junger Frauen. Auch Margot geht angeblich eigene Wege. Der Kraftfahrer hat sie auch ein paar Mal zu irgendwelchen Zielen gebracht, hat sie aber nur abgesetzt. Und da schweigt der Sängers Höflichkeit. Wer nicht schweigt, ist Stasi-Chef Mielke. Er informiert Honecker. Das wiederum war für ihn sehr enttäuschend. Margot hat jahrelang ein Doppelleben geführt. Sie hat eine Perücke und ein ziviles Auto und mehrere Freundschaften und intime Beziehungen zu allen möglichen Leuten. Honecker nimmt es hin. Gegen seine Frau ist er machtlos, auch politisch. Seit 1963 ist Margot Honecker Ministerin für Volksbildung und schreibt offizielle Briefe an ihn. Die waren in einem Ton geschrieben. Also da war die Überschrift, werter Staatsratsvorsitzender, wie ich ihn schon wiederholt mitgeteilt habe, aber sie offensichtlich nicht begriffen haben. Und dann drunter mit sozialistischem Gruß der Minister. Als ich diese Briefe gelesen habe, habe ich gedacht, diese Ehe muss die Hölle sein. Nein, ja, diese Ehe ist offensichtlich die Strafe dafür, was diese beiden in der DDR angerichtet haben. Es gibt ja bei den Franzosen dieses berühmte Sprichwort Cherchez Lafame. Und wo ist die Frau, die hinter dem Unglück steckt? Eine komplexe Beziehung. Trotz aller Krisen, das Paar bleibt unzertrennlich. Er hat sie sehr, sehr geliebt. Das gemeinsame Lebenswerk schweißt zusammen und die gemeinsame Tochter Sonja. Für Honecker sind Tochter und Enkel ein Ruhepol. 1974 wird Roberto geboren. Später Mariana. Also da war er nun ganz Opa. Da gab es kein böses Wort. Auch in vielen anderen Sachen. Also da freute er sich. Wenn die Fahrradfahren gelernt haben und alles so eine Sache. Da war er mit bei. Da war er ganz Opa. Enkel Roberto erfüllen die Honeckers alle Wünsche. Das war dann ein Spielzeug aus dem Westen. Das hat er einmal angeguckt und dann war es für ihn erledigt. Da gab es in Roberto Stock, dieser Speiseraum, der war relativ groß. Da war schon alleine die Hälfte ungefähr mit dem Spielzeug für Roberto vollgestellt zu Weihnachten. Gern besucht Honecker Tochter und Enkel in deren Wohnung in Ostberlin. Einmal trifft ihn dabei die spätere Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Mein erster Eindruck war, das ist eine kleine graue verunsicherte Maus und ich war total überrascht. Das passte nicht zusammen mit dem Bild eines eigentlich allmächtigen Diktators. Nur selten zeigt Honecker sich so menschlich. In der Politik setzt er ganz auf Macht und notfalls Gewalt. 1980 wird in Polen Solidarnosc gegründet. Die Reformbewegung bedroht die Macht der Kommunisten. Honecker lässt Armeegeneral Heinz Hoffmann geheime Pläne ausarbeiten. Wenn die polnischen Kommunisten Solidarnosc nicht in den Griff bekommen, müssen andere helfen. Mehr als 10.000 Soldaten der Volksarmee stehen an der Grenze bereit. Auf einer Übung des Warschauer Paktes im März 1981 probt Honecker mit dem sowjetischen Verbündeten schon einmal den Ernstfall. Für den Erhalt des Sozialismus im Ostblock ist er zu einer Militärintervention beim Nachbarn bereit. Es gab das Manöver Soyuz, mit dem sogar probehalber Panzer der DDR-Volksarmee über die Ostsee kommend nach Polen eingereist, eingefahren sind. Von DDR-Reportern begleitet und kleinen Grüppchen von sogenannter jubelnder Bevölkerung. Das war höchst peinlich, wenn man daran denkt, dass ja wenige Jahrzehnte zuvor schon einmal eine deutsche Armee sich in Polen aufgehalten hat. Als Funktionär der SED war er ein reiner Machtmensch. Er hat agiert wie ein reiner Machtmensch. Und er hat immer wieder auch in den Stationen seiner Entwicklung gezeigt, dass er auch bereit gewesen wäre, Gewalt, auch bewaffnete Gewalt zur Sicherung seiner Macht einzusetzen. Soweit kommt es nicht. Am 13.12.1981 ruft die polnische Regierung das Kriegsrecht aus. Die Solidarność-Bewegung wird unterdrückt. Zunächst. Zur gleichen Zeit in Güstrow. Bundeskanzler Helmut Schmidt ist zu Besuch bei Erich Honecker. Der gibt sich ganz entspannt, trotz Krise in Polen. Je zurückhaltender und ärgerlicher Helmut Schmidt wurde, desto aufgekratzter präsentierte sich Erich Honecker. Es lag ja überall Schnee und einer von beiden hat lustig mit einem Schneeball von oben geworfen. Es sollte Normalität und Nettigkeit präsentieren. Ich denke, das war schon sehr berechnet von ihm. Keiner merkt ihm an, was sich im Verborgenen abspielt. Er weiß sich zu verstellen. Seine wahren Gefühle behält er für sich. Vor der Kamera gibt er gerne den heiteren Staatsmann. Die Anerkennung durch das Westfernsehen ist ihm besonders wichtig. Er wusste, dass er, wenn er von uns porträtiert wird dabei, dass er auf eine möglicherweise sympathischere und überhaupt veröffentlichtere Weise ins Fernsehen kommt. Er hat auf unseren Wunsch hin nicht nur geplaudert, sondern er hat auch auf unseren Wunsch hin Kegel geschoben. Und einer von uns beiden hat dann gesagt, jetzt müssen Sie aber auch einen ausgeben. Das hat er auch getan. Es gab also ein kleines Bier für ihn. Honecker will auch im Westen anerkannt sein. 1987 scheint er am Ziel. Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland. Bundeskanzler Kohl empfängt ihn mit allen Ehren. Er war aufgeregt, zeitweise wie ein kleiner Junge. Das ist auch voll nachvollziehbar, weil er wollte eine gute Figur machen. Er wusste, dass die ganze Welt dort zuschaut. Und das wollte er, oder er wollte dann seinen Staat dann auch so darstellen und vertreten. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Honecker besucht sein Elternhaus im saarländischen Wiebelskirchen und genießt, dass er, der ehemals arme Bursche, nun als Staatsmann wiederkehrt. Also das stärkste Erlebnis war, dass er in Wiebelskirchen bei seiner Schwester war und sein Haus nochmal gesehen hat. Und den Apfelbaum und die Stelle, wo der Karnickelstall gestanden hat und so. Und da fiel natürlich, also da hatte er immer feuchte Augen, wenn er das erzählte. Der kühle Funktionär. In Wiebelskirchen wird er sentimental. Und für einen Moment leichtsinnig, als es um die deutsch-deutsche Frage geht. Dann wird auch der Tag kommen, in den Grenzen uns nicht mehr trennen, sondern Grenzen uns vereinen. Zwei Stunden später hat bereits Botschafter Kotsche Maasov nach Moskau berichtet, dass Honecker hier seltsame Dinge von sich gegeben habe. Und die Fronde im Politbüro um Mielke, Stov und Kronikowski berichtet das auch sofort nach Moskau. Insoweit ist der Höhepunkt, den der Staatsbesuch oder den der Besuch Honeckers in der Bundesrepublik ausmachte, auch gleichzeitig schon diese weiche Stelle der Erosion einer Herrschaft. Honeckers Alleingang irritiert die Genossen in Ost-Berlin und Moskau. Der Staatsbesuch in der Bundesrepublik wird zum Höhe- und Wendepunkt seiner Karriere. Ab jetzt geht es abwärts. Im Januar 1988 trifft Honecker ein persönlicher Schicksalsschlag. Seine zweijährige Lieblingsenkelin Mariana stirbt. Ein Virusinfekt verstärkt durch Luftverschmutzung. Das war eine Krankheit, die unsere Kinder alle mal in regelmäßigen Abständen, alle sechs Wochen hatten, ein Pseudogrupp. Und da geht man auf die andere Straßenseite, dort war eine Kinderärztin und die hätte eine Spritze gegeben, dann wäre die Sache erledigt gewesen. Nicht aber bei den Honecker Kindern, die riefen dann im Regierungskrankenhaus im Buch an und ehe so eine schnelle Hilfe da von dort in die Stadt kommt, dauerte das eine halbe Stunde. Und da war das Kind erstickt. Honecker ist tief erschüttert. Er hat sich in dieser Phase verändert, so wie wir oder speziell ich ihn so noch nicht erlebt haben. Das hat ihn richtig, ganz stark mitgenommen. Noch nie ist ihm der Tod eines Menschen so nahe gegangen. Es war immer wieder, ja wir fahren nochmal zum Grab oder zum Friedhof. Und da hat er seine Kombihake, da mit der kleinen Hake, mit den kleinen Schärfelchen, hatte seine Gießkanne hinter dem Stein stehen und noch ein bisschen etwas. Und dann hat er dort tatsächlich sich hingekniet, hat schön gearbeitet. Im Amt wirkt Honecker müde und starr. Es ist nicht nur Trauer. Der 76-Jährige ist gesundheitlich angeschlagen. Was man feststellen kann, ist eine allmähliche Verhärtung der Auffassungen. Das ist auch natürlich körperlich fortschreitende Arteriosklerose geschuldet. Seine sportliche Vitalität und federnde Elastizität lässt in den 80er Jahren spürbar nach. Und am Ende der 80er Jahre ist er ein vorzeitig gealterter Mann. Dessen Welt zerbröckelt. 1989 öffnen Ungarns Kommunisten die Grenze zum Westen. Heute beendet Ungarn an dieser Stelle die gewaltsame Teilung von Ost und West. Ich habe später erfahren, dass Erich Honecker kurz darauf bei der Politbürositzung gesagt hat, was er da für ein Zeug im zweiten deutschen Fernsehen gesehen habe. Und er hat den Verteidigungsminister der DDR, Heinz Kessler, beauftragt, bei seinem Kollegen in Ungarn nachzufragen, was das solle. Heinz Kessler soll nach einer halben Stunde zurückgekommen sein und gesagt haben, Genossen, ihr könnt alle beruhigt sein. Die ungarischen Genossen haben die Grenze völlig im Griff. Es handelt sich bei der Stacheldrahtbeseitigung um eine grenzkosmetische Maßnahme. Zwei Monate später. Honecker ist auf Staatsbesuch in Rumänien, als er mit Gallenkoliken zusammenbricht. Er muss operiert werden. Der Krankenbericht zeigt, bei der Operation kommt es zu Komplikationen. Honeckers Blutdruck sackt lebensbedrohlich ab. In den Folgetagen zeigt er Verwirrtheit und Desorientierung. An Regierungsgeschäfte ist nicht zu denken. Von den Demonstrationen im Land bekommt er nicht viel mit. Es wurde eine Nachrichtensperre ausgesprochen. Er hatte keine Möglichkeit, ob nun Fernsehen, Tageszeitung, auch seine Kurierpost. Also seine ganzen Aktenlage war nicht vor Ort. Er war also in einem informationsfreien Raum. Er sollte, ja, genesen. Während er krank ist, erheben sich die Bürger im Land. Sie überwinden die Angst vor der Staatsgewalt. Die Wut der Straße kann Honecker weder verstehen, noch eindämmen. An Rücktritt denkt er dennoch nicht. Das war auch nicht in seinem Selbstverständnis als KP-Chef eines kommunistischen Landes. Man tritt nicht einfach so aus Schwäche zurück. Das widersprach auch seiner ideologischen, seiner auch ehemals stalinistischen Prägung eines Politikers. Er hält an seiner Macht und der alten DDR fest. Vergeblich. Im Politbüro ist sein Sturz beschlossene Sache. Wir wussten es vorher und dachten dann auch, na mal sehen, was jetzt weiterkommt. Mit ihm, mit uns. Am 17. Oktober 1989, nur wenige Tage nach der 40-Jahr-Feier der DDR, ist es soweit. Im Politbüro wird Honecker zum Rücktritt aufgefordert. Er wehrt sich. Stasi-Chef Mielke droht ihm, er werde sonst auspacken. Denkt er an den roten Koffer? Honecker gibt auf. Chefverschwörer und Nachfolger ist sein Kronprinz Egon Krenz. Honecker widerfährt das Gleiche, was er einst Ulbricht angetan hat. Eigentlich hat Erich Honecker das Schicksal ereilt. Man kann fast sagen, es war der Fluch der bösen Tat. Bald droht ihm sogar Haft. Und er erfährt aus dem Fernsehen, dass er sterbenskrank ist. Honecker leidet an einem bösartigen Nierentumor, der behandelt werden muss. Vor ihm liegen Gefängnis und Tod. Honeckers wichtigster Vertrauter ist jetzt sein behandelnder Arzt. Er hatte große Angst gehabt, auch große Angst vor seiner Krankheit. Der Wunsch von Erich Honecker war im Bibelskirchen, in seinem Familiengrab beigesetzt zu werden. Nach der Operation holt Margot ihren Mann ab. Das Ehepaar findet in der Krise wieder zueinander. Die Honeckers erhalten Asyl in Lobetal, Brandenburg, bei einem Pfarrer. Sie sind jetzt auf sich gestellt. Draußen wird gegen sie demonstriert. Nur Reinhold Andert kommt als Freund der Familie regelmäßig zu Besuch. Ich hatte eigentlich einen gebrochenen Mann vermutet, aber nichts von dem. Er kam mir in einer Strickweste und in Pantoffeln entgegen und umarmte mich. So wie das Genossen untereinander tun, wenn sie sich lange nicht gesehen haben. Ja, und fing gleich an zu reden. Stundenlang resoniert er in das Mikrofon von Reinhold Andert über seine Stellung als Staatschef des souveränen Landes DDR. Für die Toten an der Mauer, für die er angeklagt ist, findet er kein Wort. Er sagte in diesem Interview, von uns sind auch, weiß ich, 22 Kränzer erschossen worden. Bitte macht das Ding aus. Und das wollte er dann, er wollte das Thema nicht mehr, darüber nicht mehr sprechen. Honecker zeigt bis zum Ende weder Reue noch Einsicht. Nur alte Gesinnungsfreunde wie PLO-Chef Yassir Arafat halten jetzt noch zu ihm. Die PLO hat Erich Honecker seit dessen Sturz permanent mit finanziellen Mitteln unterstützt. Das begann spätestens, möglicherweise auch schon früher, aber spätestens im Januar 1990 mit den ersten Geldlieferungen ins Krankenhaus von Berlin, in die Charité. Todkrank darf Honecker 1993 nach Chile ausreisen. Seine Frau Margot wartet hier bereits auf ihn. Die chilenischen Sozialisten revanchieren sich für frühere Hilfe aus der DDR. Starrsinnig hält Erich Honecker auch hier an seiner Sicht der Dinge fest. Bis an sein Lebensende im Mai 1994. Seine Naivität hat ihn dazu befähigt, also dass, er hatte so eine gewisse Hornhaut dann auch auf der Seele, also die ihn dann auch unbedarft werden ließ. Am augenscheinlichsten ist, dass er ein reiner Machtautomat war, mit wenig, also wenig menschlicher Ausstrahlung, sagen wir mal so. Honecker lässt sich einspinnen in eine Scheinwelt des erfolgreichen Sozialismus, die mit der wirklichen Wirklichkeit im Lande immer weniger zu tun hat, ohne dass Honecker das bis zum Schluss seines Lebens begreifen wird. Er war ein Machtmensch, ein Diktator, der zuweilen joviale menschliche Züge zeigte. Er kam sich vor als ein kleiner Weltführer des Proletariats, aber im Sinne des Proletariats hat er nie gehandelt. In Deutschland zurück bleibt der rote Koffer mit Honeckers Akten. Darin zwei Gnadengesuche seines Vaters aus den Jahren 1939 und 1942. Abgelehnt mit den Worten, Honecker sei ein unbelehrbarer Anhänger des Kommunismus. Darauf war er zeitlebens stolz. Abgelehnt mit den Worten, Honecker sei ein unbelehrbarer Anhänger des Proletariats,